so herzlich willkommen auf dem schönen kanal angel readings einmal wieder mehr ja unser tägliches reading gibt uns heute wir schauen auf jeden fall heute mal rein wie auch sein nächster schritt in deine richtung gibt es da einen schritt wenn du ein herzblatt hast ein wunschpartner ein ex na wenn du gerade so ein großes fragezeichen im kopf hast was ist denn mit dem los wieso höre ich nix wieso sehe ich nix wieso ist er denn im rückzug wieso ist er mir davon gelaufen wollen wir mal schauen was da los ist bei ihnen denn ja sein nächster schritt in deine richtung immer auch eine häufig gestellte frage in den persönlichen readings was macht ihr denn jetzt da als nächstes ist er ganz weg von der bildfläche oder kommt er klar habe ich jetzt schon wieder gezuckt kommt er mal mit sich selber klar kommt wieder zurück hatte wohl nur irgend so eine komische phase na männer haben ja auch manchmal so komische phasen wo man sich denkt ja das ist jetzt hier schon wieder los das schauen wir uns jetzt auf jeden fall an ja ich hoffe dir geht's gut ich hoffe du genießt so ein bisschen die sommerzeit also bei uns hat sich ja gefühlte zwei wochen lang durchgeregnet alles ist aufgeweicht na also einmal ist zu wenig einmal zu viel aber naja es ist halt der petrus ist an allem schuld und ich mache mich jetzt mal in die ecke rein wir wollen mal gucken war die betten da schönes zu sehen na wir brauchen natürlich auch ein bild das ist ja vollkommen klar bin ich zu klein naja gut geht so die technik immer wieder wahnsinn na so jetzt muss ich mal meine männerdekoration hinrichten wir brauchen platz wir wollen karten sehen also dann wollen wir mal gucken was wir denn da so schönes sehen ich sage es ja immer auch wieder vorher moment mal wenn es dir nicht gut geht wenn du herzschmerz hast wenn du gedankenkreisen grübeln kopfkino hast wenn du verzweifelt bist und wenn dein kopf die ganze zeit irgendwo bei irgendwem ist na und du vielleicht gar nicht in deiner mitte bist und deine gedanken in den ganzen tag sich rund um eine person drehen und du kommst nicht weiter hol dir ein paar gute impulse ab ich habe jetzt glaube ich gestern ein video hochgeladen wie finde ich den richtigen kartenleger die richtige kartenlegerin ja das ist kein video für mich selbst zum werbung machen werbetrommel rühren das ist nur so objektiv wie möglich punkte da wo du sagst okay da kann ich mal oder sollte ich mal drauf schauen dass ich auch die kartenlegerin meiner wahl finde also ich muss es nicht sein wenn du dich bei mir nicht wohlfühlst gar kein problem geht immer darum jemanden zu finden die man sich anvertrauen kann na also gut aber wir wollen natürlich jetzt erstmal hier schauen du in resonanz gehst oder ob die dir gewisse dinge rauspicken kannst wie immer gilt natürlich auch wenn du das video jetzt siehst du es auch genau jetzt für dich sein und wir schauen was gibt es denn da für einen schritt in deine richtung gibt es da ein oder fällt mir auch schon gleich der narr aus der hand der narr so was ist das für ein komischer vogel der narr der steht im tarot für einen neubeginn der steht auch für sorglos sein für offen sein der steht für unbefangenheit der vertraut auch darauf dass ja sein nächster schritt den der narr da jetzt zufälligerweise auch schon macht eine gut zufälle gibt es ja keine vielleicht auch in deine richtung gehen könnte na das heißt der läuft da los und der narr der sagt sie jetzt okay ich lasse mal alles was mir im kopf herum geht oder was passiert ist oder weswegen ich mich zurückgezogen habe oder schluss gemacht habe vielleicht auch hinter mir und ich gehe jetzt sorglos und unbefangen einen schritt in deine richtung das passt ja jetzt auch ganz gut zu der frage des readings also es geht tatsächlich darum einen neuen sorglosen offenen unbefangenen schritt in deine richtung zu gehen sehr sehr interessant schauen wir gleich mal weiter was kriegen wir denn da jetzt für eine erklärungskarte oder zwei dazu wir fragen natürlich die karten warum ist der narr gefallen jetzt natürlich wissen du willst das wissen ich will es wissen und da ist auch schon die karte wir wollen gucken looki 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 da haben wir nämlich auch schon das kreuz so beim kreuz ja glaube schicksal göttliche führung kann sein aber laut lehrbüchlein auch das kreuz eine last eine belastung eine schwere aufgabe also somit wendet sich das platz schon so ein bisschen dahin gehen dass ich dir sagen kann er tut sich gerade ein bisschen schwer ein schritt in deine richtung zu gehen der wille ist aber jedoch da sorgen das ist jetzt spannend weil er dann schon wieder einen inneren konflikt hat kann natürlich bei euch beiden sein dass er die überhaupt nicht erzählt hat warum er sich zurückzieht weil er das gespräch scheut weil er die diskussion scheut männer sind da auch so also frauen auch na aber männer sind auch schon so die sagen ja wenn ich jetzt hier eine diskussion vom zaun brech und du denkst ja was erzählten der für einen schwachsinn wird er hier nicht rumdiskutiert will die mich überreden zu bleiben da habe ich gar keine lust darauf ach ich ziemlich einfach so zurück nach also es gab schon einen grund warum er sich von dir zurückgezogen hat vielleicht weißt du ihn auch vielleicht hast du einen anständigen wunschpartner der dir gesagt hat pass auf momentan bei mir schaut irgendwie innerlich so aus dass ich meine ruhe möchte ja aber der schritt in deine richtung liegt schon da wenn er auch schwer fallen fällt fällt ja also das kreuz schon gern mal eine karte für belastung vielleicht ziehen wir ja jetzt auch mit der erklärungskarte noch warum das waren zu viele da ist sie auch schon aha so so da geht es also auch um die lebensreise die lebensreise das ist ja so eine karte wo ich dir sagen kann träume sehnsüchte ziele also es geht ihm schon wenn ich jetzt frage gibt es da einen schritt in deine richtung ihm geht es schon um seine lebensreise in der liebe es geht um einen schritt den er auf dich zu machen möchte es geht hier aber auch um irgendwie um eine last und eine belastung das kann natürlich auch die tatsache sein dass er dir davon gelaufen ist und jetzt keine ahnung hat wie kriege ich das jetzt alles wieder gerade gebogen das ist ja auch immer so das thema wo er sagt ja also irgendwie tue ich mir da schwer das jetzt alles wieder so hin zu biegen wie es mal war vielleicht auch ohne dass ihr da eine diskussion habt dass er dir erklären muss was jetzt hier eigentlich alles geschehen ist also irgendwas belastet ihn irgendwas hält ihn schon ab davon den schritt in deine richtung zu gehen obwohl der gedanke daran ja schon da ist also es ist spannend daher wollen wir jetzt natürlich mal schauen die große frage was denkt er denn eigentlich so na also da schauen wir jetzt mal was geht es denn das geben dann seiner rübe vor sich in bezug auf die frage gibt es denn da jetzt einen schritt in deine richtung und wir haben eine karte ach wie schön so da haben wir jetzt hier die zehn münzen dazu bekommen das ist erfüllung und zufriedenheit reichtum aller art also ich nehme aber eher war dass es hier schon geht um ja wie kann ich zufrieden sein also ich nehme ihn ja hier oben schon mehr oder weniger unzufrieden war damit der situation der er gerade ist sehr sehr unzufrieden sehr sehr belastet schwere aufgabe jetzt vielleicht den schritt in deine richtung zu machen vielleicht gab es ja bei euch auch luk und betrug oder oder sonstiges wo er jetzt sagen ist schwer ich möchte schon gerne aber irgendwie sind da dinge vorgefallen die mir das zurückkommen eigentlich sehr sehr schwer machen ich sage es ja auch immer wieder du sitzt ja da und denkst denn ja warum kommt er denn nicht einfach zurück im kopf des mannes ging da ganz 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 andere gedanken rum na hier mit dem kreuz da macht er sich vielleicht auch selbst schwer und sagten weiß ich gar nicht wie ich das jetzt so hinkriegen sollten mir geht es aber schon um meine erfüllung mir geht es auch um meine zufriedenheit weil zufrieden bin ich gerade eben irgendwie nicht aber wir schauen mal weiter was wir da sonst noch so sehen eine klärungskarte achtung ja da haben wir auch fische es geht natürlich auch um seine gefühle die fische partner partnerschaft gefühle alles ist im fluss also wenn man mal in seine gedanken jetzt hier in der kollektivenergie reinschaut sich schon in seinem kopf geht es gerade irgendwie rund um das thema wie können für mich die dinge im fluss sein wie kann ich wieder zufrieden sein das hat auf jeden fall mit einem schritt in eine richtung zu tun mit träumen mit sehnsüchten mit zielen mit gedanken ja daran wie kann ich dir vielleicht irgendwie wie auch wieder näher kommen dafür viele männer stellt sich ja dann auch die frage gehe ich auf dich zu und schaue ob das vielleicht wieder irgendwie wird oder sitze ich das aus dieses gefühl des verloren seins das gefühl der sehnsucht das gefühl der dass da fehlt mir jemand wird schon irgendwann vorbeigehen na das sieht sich jetzt mal aus wie ein ganzer mann na also das ist auch so ein ding wo ich dir sagen kann da geht es auch bei vielen männern einfach darum zu sagen gut dann sitze ich es aus dann bleibe ich stabil irgendwann wird schon vorbeigehen aber wenn ich mir so seine gedanken jetzt ja anschauen mit dem buch die drehen sich schon alle rund um das thema wie kann ich dieses kapitel doch mal öffnen hier geht es um gefühle partner partnerschaft hier geht es um meine zufriedenheit und es ist auch gar nichts verwerfliches ich sage ja auch immer jeder darf mal schon für sich auch schauen was tue ich oder was kann ich tun damit ich zufrieden bin mache ich ja auch immer machst du ja hoffentlich auch und auch er macht das und schaut also in meinem kopf würde ich gerne schon dieses kapitel noch mal öffnen in sachen partnerschaft ich möchte schon auch zufrieden sein weil vielleicht war er ja in der partnerschaft auch unzufrieden mit dingen über die er mit dir gesprochen hat oder er hat mit dir gar nicht darüber gesprochen war das ist dann das nächste wo ich vielleicht auch schon sehen kann männer fressen immer gerne sachen in sich hinein gerade wenn du jetzt ein wunschpartner hast der nicht so der gefühlsdusel ist na der über seine gefühle redet oder über was was nicht so passt dann kann es natürlich sehr sehr gut sein dass er das in sich hinein gefressen hat nach das nervt mich da bin ich unzufrieden will aber auch nicht drüber reden ganz großer fehler sondern irgendwann bin ich einfach mal weg so aber wenn ich jetzt dann weg bin gibt es mir ja noch schlechter sondern das ist auch so ein absoluter klassiker eigentlich deswegen 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 wir schauen noch mal in karte rein was sagt das gefühl was ist in der gefühlsebene zu sehen okay und da haben wir eine krasse karte das sind die neuen der schwerter wer sich ein bisschen terror auskennt weiß das ist grübelei das sind schlechte gedanken das ist kopfkino das ist gedanken karussell gedanken kreisen also wir sind jetzt zwar hier in der in der gefühlsebene drin aber auch gefühlsmäßig können sich themen immer wieder wiederholen themen wo man nicht weiter weiß themen wo man keine lösung hat thema wo themen wo man nicht weiß wie kriege ich das alles wieder hin wenn noch jemand dazu gehört wenn man was nicht greifen kann und lösen kann also gefühlsmäßig ist ja hier schon in einer ganz schönen spirale drin wo ich dir sagen kann nie der weiß nicht so wirklich was er jetzt als nächstes tun soll im kopf es ist ausnahmsweise heute mal genau andersrum sein nächster schritt in eine richtung hat im kopf eigentlich schon stattgefunden aber hier oben ist eine last da eine belastung ich weiß nicht wie ich das am besten hinkriegen kann und jetzt haben wir auch die lösung woran das liegt momentan hier in der herzebene mit den neuen schwertern ja das ist auch so ein bisschen die angst diese neuen schwerter wo ich dir sagen kann die angst vielleicht davor zurückgewiesen zu werden ich sage es ja immer bei männern ist es tatsächlich so dass die auch angst haben wenn ich mich entscheide auf dich zu auf dich zu zu kommen oder zu dir zurückzukommen willst du das überhaupt na also das ist natürlich die große frage die sich der mann stellt weil wenn du sagst was willst du jetzt hier ich will von dir ja gar nichts mehr wissen dann ist das alles ja noch schlimmer dann ist das hier kaputt dann findet das hier nicht statt und dann wird es hier im herzen noch schlimmer also da schauen wir die nächste karte an ja diese angst dass hier keine guten nachrichten auf ihn zukommen dass es keinen positiven ausgang gibt von dem plan ich komme zurück und wir machen vielleicht auch dinge anders oder er teilt sich die auch mal mit wie es in ihm so ausschaut die ist schon groß weil angst sitzt ja auch meistens in der brust dass er sagt wenn ich jetzt auf dich zu kommen und du sagst mir nö ich will mit dir gar nichts mehr zu tun haben was willst du eigentlich jetzt noch hier dann ist das alles hier noch schlimmer ja weil momentan ist die hoffnung noch da na so ok ja was kriegen wir denn da noch für eine karte jawohl da ist er ja dann auch selbst gefallen also wenn ich in seine herzebene reinschau geht es ihm da ganz stark darum kommen da gute nachrichten auf mich zu wenn ich auf dich zu komme ich weiß es nicht ich habe hier irgendwie ängste dass das hier irgendwie nix mehr wird ja also das ist natürlich jetzt hier wo ich in der herzebene sagt und da sind ja die gefühle da dass hier irgendwie noch die hoffnung da ist dass was vorwärts geht dass es noch hoffnung gibt aber wenn du hoffnung hast hast du ja logischerweise auch angst dass es nicht passiert also er ist da gerade in einem ganz ganz bescheuerten zustand würde ich mal sagen das ist so will und kann ich ding also wir schauen aber trotzdem mal weiter wir wollen hier unten noch gucken was gibt es denn da in der nächsten zeit noch so schönes zu sehen hinweise tendenzen impulse sind ja bei uns hier immer in der unteren reihe im übrigen diese lege technik die hier auf youtube macht gibt es so auf der homepage nicht zum buchen ja wenn du das so auch mal möchtest für deinen wunschpartner genau so wie sie liegt schreibt mir einfach eine whatsapp meine nummer ist ja immer in der infobox und sagt mir was du möchtest ich bin da ja total flexibel kannst mir auch gern sagen welche karten du nehmen möchtest welche lege techniken du willst also ich bin der ja sehr sehr anpassungsfähig so wir haben jetzt hier auch für die nächste zeit und das ist schön der ritter der münzen so um der ritter der münzen was macht der der steht auch für ausdauer für konsequenz für beständigkeit ja also er hat schon hier so den plan für die nächste zeit zu sagen ich gebe mich dem thema mal hin langsam ich stürze mir jetzt nicht gleich auf dich sondern ich taste mich da mal beständig und konsequent an das thema ran was du denn da überhaupt dazu sagen wollen würdest wenn er sagt mensch lass uns dieses kapitel nochmal öffnen also interessanter ritter der münzen der hat auf jeden fall mal geduld und zeit und dann schauen wir mal was man noch für klärungskarten bekommen ja okay wir gucken seid ihr bereit wir schauen da ist der fuchs der fuchs ist ein schlaues tier also er hat da vielleicht auch schon ja einen plan die frage war ja sein nächster schritt in deine richtung wir haben gesehen da liegt ja der neubeginn da liegt die lebensreise da liegt so ein bisschen die schwere aufgabe die damit verbunden ist im kopf ist eigentlich alles klar gefühlsmäßig die angst sitzt da schon tief dass das nichts wird deswegen sagt er sich wahrscheinlich auch aha ich muss die dinge mal schlau anstellen ich muss mal gucken dass ich hier vielleicht keinen falschen schritt mache topf schlagen im minenfeld nennen männer das auch wenn es darum geht sich einer frau zu ehren wo man nicht so genau weiß was kommt nicht zu aber wir schauen die nächste karte an ja da schlägt schlagen die routen ein salto wir haben die karte ok der schmetterling ja der steht fürs loslassen fürs empfangen schauen wir mal ob der wieder zurückkommt schauen wir mal ob du überhaupt willst dass er zurückkommt schauen wir mal ob du für ihn eigentlich zurückkommst also das ist jetzt so ein bisschen die karte für ja entweder loslassen oder empfangen das ist hier die frage wenn ich es schlau anstelle sehe ich bei ihm gerade schon auch gewisse zweifel mit den routen die da sind aber ich denke mal sein schritt in die nächste richtung den wird es auf jeden fall geben denn wir haben hier auch noch ja den pagen der stäbe der steht hier eigentlich auch irgendwie so dafür dass jemand auf dich zukommt also es sind viele viele hinweise im deck wo ich dir sagen kann ja da kommt jemand auf dich zu er wird auf dich zukommen ich kann dir aber auch sagen dass der ziemlich die rosen voll hat dass er hier sagt geht es jetzt hier für mich ums loslassen geht es jetzt hier ums empfangen ich stelle ich das schlau an ja ich habe hier so meine zweifel vielleicht hat er ja auch mist gebaut man weiß es nicht naja aber auf jeden fall schaut es ja so aus als würde es auf jeden fall ein schritt in deine richtung gehen wenn du mich jetzt gefragt hättest schau doch mal bitte ob mein wunschpartner noch mal wieder auf mich zukommt würde ich dir jetzt auf jeden fall nicht sagen dass der nie wieder kommt weil die karten hier einfach zu gut sind vielleicht hat er auch nur ein schlechtes gewissen man weiß es nicht auf jeden fall mein leben lasst viel liebe da ein daumen drauf ein kommentar oder bleibt gesund seid lieb zueinander und wir sehen uns ja dann beim nächsten video ciao